Ich hatte ja direkt schon wieder so einen kleinen Rüffel von Jenny bekommen, so von wegen, wir haben 20 Teile ausgemacht. Und ich habe nur gesagt, ja, was soll ich wissen, wie viele Teile ich da drin habe? Dann müsstest mich doch langsam kennen. Ich höre irgendwann beim Einpacken auf zu zählen. Das ist bei mir einfach so. Aber das wisst ihr doch eigentlich alle. Ich bin definitiv die. Ach, ist es herrlich. Ach, das bringt einen doch direkt zum Lachen. Ach, wie schön. Da ist mir doch noch glatt und kleiner davon gehüpft. Den habe ich jetzt gerade erst gesehen. Keys Soul Care Love Me Glow Illuminating Serum. Also das und noch so einiges mehr erwartet euch jetzt im Paket von der lieben Jenny. Hallo, da bist du ja wieder. Na, da freue ich mich doch drüber. Denn ich habe wieder mal ein Tauschpaket. Und zwar diesmal mit der lieben Jenny von Eden. Wollen wir doch mal reingucken, was drin ist. Also, ihr wisst das schon. Jenny und ich haben schon mal das Vergnügen gehabt, zusammen ein Tauschpaket zu haben. Damals war es ein Trashpaket. Und ich habe böse Schelte gekriegt, weil ich das falsch ausgedrückt habe. Aber jetzt habe ich extra nachgeguckt, Jenny, damit die kleine Dicke hier nicht wieder einen drüber kriegt, weil sie es falsch gesagt hat. Du hast geschrieben ein Tauschpaket. Also, wir haben ein Tauschpaket. Ich habe dir jetzt schon mal gesagt, dass wir ein Tauschpaket haben. Und ich habe ganz viele Schnipsel. Dabei habe ich so viel Hunger. Was soll ich mit... Katrin sagt, über die Klinger kann man essen. Ähm, ähm, ja. Ich wollte mir das eigentlich hier so rüber tun. Aber ich glaube, das geht so eigentlich auch ganz gut. Da unten habe ich einen Karton fürs Parkour hingetan. Also, so ein bisschen organisiert bin ich heute schon mal. Zumindest nur organisierter als sonst. Jenny. Ja, was soll ich euch zu Jenny sagen? Was ihr nicht eigentlich schon alle selber wisst. Jenny und ich mögen uns. Jenny und ich kommentieren fleißig gegenseitig. Jenny und ich schreiben auch mal ab und zu Sprachnachrichten miteinander. Das ist immer so ein bisschen sporadisch. Mal ein bisschen weniger und dann wieder ein bisschen mehr. Und ich liebe einfach diesen Humor von der Frau. Das habe ich schon beim letzten Paket gesagt. Und ich würde mir immer wünschen, sie würde sich mehr trauen, das raushängen zu lassen. Ich weiß jetzt aber mittlerweile, warum sie das nicht so kann. Wie du weißt, ich bin doch schmerzfreier, ne? Ich würde meinen Humor raushauen. Aber ich respektiere das. Wir gucken jetzt mal in die Karte rein. Jenny hat nämlich angefragt. Du, was ist denn jetzt mit unserem Tauschpaket? Hättest du noch mal Lust? Ich finde das immer toll, wenn man mich jetzt anschreibt. Nur mittlerweile muss ich halt wirklich zu einigen sagen, ja, aber ihr müsst bitte etwas warten. So, eine sehr schöne Karte. Vielen Dank. Jetzt schon mal eben rein. Oh, für ihre Verhältnisse hat sie ja echt mal viel geschrieben. Hallo meine Liebe, endlich ist es soweit und unser nächstes Trash-Tauschpaket? Haben wir jetzt doch gesagt Trash-Tausch? Oh, ich werde wahnsinnig. Wir haben ein Trash-Tauschpaket. Wobei, ich hatte so gut wie kein Trash mehr. Naja, von daher sind die meisten Teile neu und unbenutzt. Also doch ein Tauschpaket. Ich würde dir unter dem Video einen Kommentar da lassen und schreiben, welche Produkte benutzt sind. Ach, ich hoffe sehr, dass du dich über die enthaltenen Sachen freust und dass du mit ihnen etwas anfangen kannst. Leider war ich nicht so federführend wie du, aber ich hoffe dennoch, dass was Schönes dabei ist. Vielen lieben Dank für unsere Gespräche und fühle dich ganz doll gedrückt. Viele liebe Grüße, Jenny. Ja, kann ich nur so zurückgeben. Ja, wir zwei werden es, glaube ich, nie auf die Reihe kriegen, dass wir wirklich wissen, wann ist es ein Trash, wann ist es ein Tauschpaket. Weil ganz ehrlich, also ich verpacke eh meistens kaum Sachen, die zum Trashing gehören und nenne sie nur deshalb Trash, weil ich sie schon länger habe. Von daher, wir gucken jetzt mal rein. Ich überlege gerade, ob ich die Schnipsel jetzt erstmal alle schon mal so da reinkippe. Aber ich versuche es so gut es geht, es hinzubekommen. Also diese Balea Q10 Antifalten Augenpads habe ich in der Tat selber schon recht lange im Trank liegen. Weil ich tatsächlich jetzt festgestellt habe, ich bin so mehr der Freund von diesen Gelpads und gar nicht mehr so diese Art Tücher Augenpads. Aber wenn ich mich dran gebe, werde ich sie auch ausbenutzen und ich weiß, sie sollen gut sein. So, benutzt, ach benutzt aber, so, ich muss doch, ich muss die Schnipsel ein bisschen mal eben weggeben, geht nicht anders. Ich hasse dich schon immer bei den normalen Paketen. Kann sich jetzt nur noch um Jahre handeln hier bei uns. Sie waren nicht gerade sparsam mit ihren Chips. Chips zum Essen, Chips zum Essen, Jenny. Die fliegen hier gleich überall durch den Garten, mein Mann freut sich richtig, dass ich hier draußen bin. Schatz, die waren zu schnell, der Wind war flotter als ich, ich hab sie nicht gekriegt. Weiß doch, ich bin nicht mehr so flott, ich bin über 50. Ob der das gelten lässt, ich weiß das nicht. So. Ja, ich könnte jetzt auch auf Pause machen, ich weiß, Leute, müsst ihr einfach durch. Bleibt einfach dran, haben es bald geschafft. Holt euch in der Zeit einen Kaffee, holt euch einen Keks, wie alle anderen immer so schön sagen. Und dann kriegen wir dann schon hin. So. Wir hatten übrigens jetzt diesmal ausgepackt, so jetzt habt ihr auch mal den Blick ins Paket. Wir haben ausgemacht, kein Geschenkpapier. Ihr wisst, ich liebe ja manchmal so Geschenkpapier zu verpacken, erst recht so mit meinem Einhorn-Logo. Aber ich habe mich an die Anweisung gehalten von Jenny. Wenn ihr das sehen wollt, äh, nicht jetzt bitte, aber im Anschluss, ja. Dann hüpft unbedingt drüber zu Jenny, Jenny von Eden und guckt euch an, was ich, verrückte Nudel, ihr geschickt habe. Ich kann euch nur sagen, es lohnt sich, nicht weil es meine Sachen waren, aber da ist zumindest ein Teil bei, ich habe das Video von Jenny noch nicht gesehen. Ich hoffe, dass sie so ein bisschen eskaliert. So, die Isana Handcreme habe ich bereits. Die wird also dann wahrscheinlich weiter wandern, weil Handcremes haben wir in der Tat jetzt wirklich so viele, braucht doch die Schere. Weil, das ist bei uns beiden tatsächlich so, wir beide sind die Weltmeister und deswegen mache ich das jetzt auch anders. Ich wollte gerade sagen, wir beiden sind, glaube ich, die Weltmeister im Verpacken. Ich mache kurz Pause, für euch ist es ja keine Pause, für euch geht es direkt weiter, aber ich greife mal so blöd jetzt hier in den Bildschirm rein. Jenny, du schaffst mich. Leute, äh, ich habe so gut wie gar nichts von meiner Knisterfolie retten können. Man, ich bin ja auch so jemand, die immer sehr, sehr gut verpackt, ja, und hoffe dann immer, wenn was nächstes Paket zurückkommt zu mir, dass ich da auch wieder ganz viel Folie drin habe, die ich dann weiter benutzen kann. War aber nicht. Man schneidet ja immer schon extrem vorsichtig auf, weil man ja auch nichts kaputt machen will, ne? Aber Jenny, du bist echt wirklich Tesafilm- und Folienverpackungs-Queen. Aber mit was für einer Power, die das festmacht, ihr habt keine Chance. Ihr habt keine Chance, da was zu retten. Also, wenn da die Post was kaputt kriegt, ehrlich, Leute, wir legen mal los. Ihr habt übrigens die Zeit gestoppt. Elf Minuten, elf Minuten habe ich dafür gebraucht. Länger, als wahrscheinlich das ganze Video dauert. Nee, kann ja nicht. Du quasselst ja schon wieder zehn Minuten, Irene. Also, Transparent Lab Gentle Rejuvenation Serum mit, mein Lieblingswort, Niacinamide, Retinol und Elagic Acid, sagt mir jetzt gerade gar nichts. Ähm, Retinol habe ich im Moment aktuell noch in der Anwendung, deswegen wird das dann erstmal verwahrt werden. Aber, da ich inzwischen bei Retinol, ne, sollte man ja auch immer einen Sonnenschutzfaktor danach auftragen, mache ich mittlerweile und von daher kann ich diese Produkte auch durchaus benutzen. Sonst habe ich die immer wieder weiter wandern lassen. Ähm, ich nehme jetzt Querbeet raus, wie es da drin ist. Ich habe es mir jetzt auch noch nicht näher angeguckt. Dann habe ich von Aloui die Exertizia Limac, die Greatest Palette. Ähm, war die nicht in der Glossybox irgendwie so drin? Uh, die ist hübsch mit drin und ich hatte mir die ja nicht extra geholt. Uh, 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 ich hab's. So. Uh, das ist schön. Doch, das gefällt mir. Das ist direkt mit Blas, Bronze, Highlighter und Lidschatten dabei. Schöne Farben. Gucken wir doch mal. Also, ähm, ich muss auch dabei sagen, ähm, ich hab das jetzt auch so ein bisschen von Jenny und auch von Lena übernommen. Mit der hatte ich ja auch ein Tauschpaket. Ähm, ich bin da immer, ich weiß gar nicht, hab ich das jetzt schon oder kommt es danach? Er ist ja geil. Wir sind ja jetzt bei Jennys Tauschpaket. Ähm, so rum sieht es besser aus. Ähm, ich hab das jetzt so ein bisschen übernommen, dass ich tatsächlich, ähm, da, wenn ich etwas nicht gebrauchen kann, dann sag ich das auch einfach offen und ehrlich, weil das ist ja nicht gegen die Person oder gegen das Paket gerichtet, äh, sondern dadurch kann die andere ja nur wissen, kann ich mit den Dingen was anfangen oder nicht. Und wenn man dann das nächste Mal nochmal ein Paket macht, dann weiß man, ah, stopp, halt, hallo, nee, das war nichts für sie. Ne, also von daher bin ich da also, äh, inzwischen auch jemand, der das dann offen und ehrlich sagt. Und trotzdem freue ich mich ja darüber über die Sachen. Nö, wer freut sich nicht, wenn er was bekommt, wo man auch genau weiß, gerade auch bei jemandem wie Jenny, die macht sich Gedanken, glaubt das mal, die macht sich zig Gedanken, was sie einem schickt. Also deswegen, wie jetzt hier nämlich zum Beispiel, den hab ich halt auch schon zweimal, hab ich auch schon weitergeben, gehen lassen. Der ist schön, aber der wandert halt weiter. Ich meine, das Problem ist auch am Anfang, als Jenny und ich noch so unser erstes Paket hatten, das hab ich auch letztens mal gesagt, ähm, da war es viel einfacher, mir Sachen zuzuschicken, weil ich nichts hatte. Das war einfach vor einem Jahr noch so, weil viele vergessen das immer wieder, aber ich hab erst im März letzten Jahres mit YouTube angefangen, Leute, ich bin erst knapp über, jetzt anderthalb Jahre dabei, ja, also, oder nichtmals ganz. Also von daher, ähm, damals war das noch nicht so, da hatte ich kaum was, ne? Mischatzki, das Parfum, da bin ich gespannt drauf. Das wird bestimmt gut riechen. Ich hab von dem zwei Parfums und die sind echt klasse. Weil ich meine doch, dass ich da noch geschrieben hab in deinem Video und so, von wegen magst du das nicht? Oh ja, meins. Es ist ein ganz schwerer, süßer Duft. Ich mag ihn. Den würde ich jetzt natürlich nicht bei diesem Wetter anziehen, aber so für, wenn man abends weggeht. Toll. Doch. Und dann, ja, der Rosenpinsel von Revolution. Und warum freu ich mich, ähm, obwohl ich den schon habe, den hab ich von der lieben Renate mal bekommen. Und da hab ich lange, lange drauf hingefiebert. Aber den hab ich halt so lieb, ja, nicht nur, weil er von Renate kommt, aber halt unter anderem auch. Und deswegen benutze ich den nicht. Und dadurch, dass ich jetzt von Jenny noch einen hab, kann ich den benutzen. Dankeschön, meine Süße. Vielen, vielen Dank. So, hier hab ich Dewitt von Fourth Array Hydration Hyaluronic Mist. Also das ist dann ein Gesichtsspray. Das ist inzwischen sehr gut. Ich hab mir angewöhnt, wirklich solche Sprays zu benutzen. Ähm, ich geh auch öfter schon mal hin und mach das wirklich zwischendurch. Hab die in der Handtasche, dann wohl in so einem kleineren Spray, hab ich mir selber abgefüllt. Und dann so zwischendurch, gerade bei dieser Hitze, jetzt so pff, einmal drüber. Super. So, deswegen, das passt sehr gut. Hier haben wir von NYX das Insta Mask, die Smoothing Mask. Die kenne ich tatsächlich noch nicht. Die wird also ausprobiert. Dann hatte ich hier jetzt so ein paar Kleinteile. Ähm, den Boost Lipstick von Judith Williams. Den hab ich selber in einer Box gehabt. Hab ich den in der Rossmann schön für mich? Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber der geht weiter, der ist in der Farbe. Weil die haben mich in der Tat nicht so ganz überzeugt, was die Haltbarkeit angeht. Also im Moment möchte ich jetzt ganz gerne doch Lippenstifte benutzen, die gut haften. Wobei ich muss sagen, vom Farb schon her ist der ja schon genau mein. Also diese Rosenholzart. Vielleicht einfach, wenn ich dann hinterher noch so ein Fixing drüber mache. Weil der hat ja schon noch Hyaluron auch dabei. Und meine Lippen bräuchten das jetzt eigentlich wirklich mal langsam. Ich glaub, der bleibt doch bei mir. Ah, ich glaub, er bleibt bei mir. Den Maximeyer von Eloy, den Lipgloss, den hab ich tatsächlich selber. Den hatte ich nämlich mal in einer meiner Eloy-Boxen. Ja, das ist der mit diesen wunderschönen Glitzerpartikeln. Aber ich weiß ja jetzt jemanden, der Lipglosse liebt und da wird diejenige sich drüber freuen. Elisabeth bis Adem Retinol. Wie gesagt, ich will jetzt nicht zu viel Retinol an meine Haut geben, deswegen wandert das weiter. Ist aber nicht schlimm. Extreme Length Powerful Lift. Obbitte sei ohne Hormone. Mascara with a magnetic force that draw lashes out to extreme length. Also im Moment, du bist jetzt kein Wimpernverlängerer von Benefit, sondern du bist die Mascara. Ich bin jetzt richtig Humiher. Ist das jetzt richtig verstanden? Ich drehe den jetzt nicht auf. Ich gehe davon aus, dass das eine Mascara ist. Mich irritiert dieses Real Magnet. Also Magnet. 40% länger. Erklär mir das mal bitte, Jenny, was damit jetzt aussieht. Ich könnte es ja auch googeln, aber du möchtest ja eh was im Kommentar schreiben. Die 4711, die wandern glaube ich irgendwie bei uns allen im Moment weiter. Dann habe ich... Ja, sie hatte mich gefragt. Sie hatte mich gefragt. Und zwar die Aserbunder Tüte. Ich hatte ja kein Peeling. Ich hatte kein Magic Finish. Die Tüten sind ja bei mir Retoure gegangen. Aus bestimmten Gründen. Ihr habt es mitbekommen mit dem Doppelten. Und das wollte ich halt einfach jetzt so diesmal für mich nicht mehr hinnehmen. Weil ich gesagt habe, ich kann nicht immer Tüten... Die sind toll. Die sind super, die Produkte. Aber die waren irgendwie bei mir immer Weihnachtsgeschenke für andere. Und da habe ich gesagt, nee, das mache ich diesmal nicht. Und dann hatte Jenny schon geschrieben, ob ich das gerne haben möchte. Ich sage, aber nicht, wenn es das Summerton ist. Und dann hat sie, nein, ist es nicht. Also mega vielen, vielen, vielen Dank, liebe Jenny, dass du mir ein komplettes Pötchen Magic Finish schickst. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe wirklich das Glück gehabt, dadurch, dass mir zwei Abonnenten auch schon mal das geschickt hatten. Katrin hatte mir was geschickt. Ich bin bisher super über die Runden gekommen, ohne ein neues haben zu müssen. Und das hilft mir jetzt auch tatsächlich wieder. Vielen, vielen Dank. Super. Ja, und... Oh nein, oh Jenny. Ah, man sagt ja immer, wer Asam verschenkt hat, einen lieb. Und dann auch noch ein Peeling. Also dadurch, dass das so zugeklebt ist, nehme ich an, du hattest es selber mal dran gerochen und es war nicht deins. Und ich finde den eigentlich toll, den grünen Tee-Bambus. Wie ein Peeling. Ah, wie schön. Vielen, vielen Dank. Ach, ist das toll. Da freue ich mich echt. So, dann, ähm... Myrmid & Me... Nee, ne? Die Wild Hibiscus Clay Mask, die hattest du gezeigt, war das, wo ich das im Kommentar geschrieben hatte? Dass ich von Myrmid & Me noch nie was ausprobiert habe. Und gerade für die Haare, das soll ja so toll sein. Clean Scarp und Shiny Hair. Also wenn, wenn du das jetzt als Schutz gemacht hast, äh, dann schreib mir mal, warum dir das jetzt nicht so gefallen hat. Weil ich muss ja ganz vorsichtig sein mit meiner Kopfhaut, wie du weißt. Aber das würde mich so mega interessieren, wie das ist. Also, was steht da? Auf die trockene Kopfhaut auftragen und bis in die Haarspitzen verteilen. Mindestens 15 Minuten relaxen, dann gründlich mit Shampoo auswachen. Was? Ich muss das erst drauf tun und dann die Haare waschen. Ja, okay. Ich kenne es an sich andersrum, aber okay. Aloha glänzendes Myrmid Haar. Ich bin gespannt. Ja, wie gesagt, und auch gespannt, was du mir dazu schreibst. So, dann haben wir hier noch zwei kleine. Und zwar einmal Clinique, der Cheek Pop, also Blush Pop und einmal Supershot Cheek von Colourpop. Ich glaube, das könnte gerade sogar einer von denen gewesen sein, die bei uns ausgetrocknet waren in der Abo-Gruppe 2. Ihr hattet das vielleicht mitbekommen mit den Temperaturen. Schauen wir mal. Das ist doch eine schöne metallische Farbe. Oho, mega. Ja, absolut mein. Aber sowas von mein. Aber jetzt habe ich keinen Spiegelmuck. Ich will das direkt ausprobieren. Leute, das machen wir jetzt hier einfach mal auf gut Glück. Schmeißt euch ruhig weg, wenn es total bescheuert ist. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hintippe, weil ich sehe ja ohne Brille eh nichts. Ich weiß gar nicht, warum ich hier ins Display gucke. Könnte mir auch nicht sagen, ne? Zumindest könnt ihr mir jetzt sagen, ob ihr was seht. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich mache jetzt hier nur einfach. Und dann auch noch mit dem linken Finger auf dem rechten Auge. Auf die Wimpern wahrscheinlich noch, bei meinem Glück. Und jetzt auf den Finger. Also das ist jetzt wieder intelligent von der Form. Moment, da. Zur Not tut es auch die Folie. Muss ja noch ein bisschen was auspacken, ne? Also vom Fühlen her fühlt es sich toll an. Vom Gucken her glaube ich auch, ne? Also zumindest sehe ich jetzt hier richtig so, wusch. Naja, das ist ein Glitzig-Glitzer. Ich habe Glitzig-Glitzer. Ich habe Glitzig-Glitzer. Ich glaube, ja. Ja? Oh, hübsch. Ich glaube, ja. Hm? Nein. So. Weiter geht's. Das Klinik hatten wir noch. Den Chic-Blush. Ne, den Blush Chic. Chic-Blush. Ihr wisst, was ich meine. Ja, dadurch, dass ich jetzt hier mit euch ein bisschen im Schatten bin, seht ihr. Der Schöcker. Wunderschön. Aber holla. Ich mach mal auf. Was? Das kann ich aussprechen, ne? Weiter gehen lassen. Und wenn ich's dann doch mal ausprobiert habe, dann war das überhaupt nicht so schlimm. Deswegen. Also wirklich, gebt den Leuten den... Jetzt fängt es an, ne? Wortfindungsstörungen. Wir haben jetzt 15 Uhr. Ich hab noch nicht zum Mittag gehabt. Ich hab noch nix getrunken seit heute Morgen. 11 Uhr, was natürlich bei diesen Temperaturen super ist. Jetzt setzt das langsam ein. Synapsen und Sprache wollen nicht mehr miteinander. Also, ihr Lieben, probiert es aus, wenn ihr mal so kräftige Farben habt. Nicht direkt, sondern probiert es aus, wenn ihr es nicht gebrauchen könnt. Irgendeine liebe Freundin gibt's immer. So. Dann haben wir jetzt hier noch 1, 2, 3 Teile und einen Asam-Gute-Beutel. Also, ich freu mich mega. Ich hab ein Peeling, ich hab Asam, herrlich. Herrlich. Jenny, war bisher Bombe. So, was haben wir jetzt hier? Was? Un plan consistien, self-care is love. Eine Me-Time-Massagebürste? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ich bin ja nicht so der Bürstentyp, ne? Wisst ihr ja. Irgendwie. Der wird weiter wandern. Ich kenne mich. Oder ich frag meinen Mann, wer hat mal so ein... Wie hießen dieses Schwemme nochmal? Ich hab keine Ahnung, was für Schwemme ich meine. Ja. Vielleicht will der den sogar benutzen. Wenn nicht, wandert der weiter. Irgendwer wird sich freuen. Nein, wie geil. Hattest du das in der Barbara-Box, glaub ich, ne? Wo ich gesagt hab, das wär perfekt für mich. Und das hab ich tatsächlich... Ich könnt euch das jetzt gleich mal eben einblenden. Ich hab in zig Räumen von mir, egal ob Gästetoilette, oben im Flur, beim Flurfenster, ob bei uns im Schlafzimmer, überall stehen solche Sprüche-Kalender. Ich find die mega. Jeder, der mich kennt, weiß das. Und ich meine, das wär bei dir gewesen, richtig? Wo ich das kommentiert habe, dass ich den so toll finde. Du nennst es Mädelsabend, ich nenne es Therapie. All you need is Mädelsabend. Mädels, meine Mädels, wenn ihr jetzt guckt, wir brauchen endlich wieder einen Mädelsabend. Es gibt doch nichts Besseres, als im Kreis bester Freundinnen zu quatschen, zu essen, zu trinken und dabei den Rest der Welt zu vergessen. Sorgen und Nöte werden weggelacht und die Welt wird plötzlich wieder rosa-rot. Naja gut, zumindest hell-pink. Mit diesem lustigen Aufsteller kannst du dir die Freundinnen-Therapie ganz einfach nach Hause holen. Ich freu mich. Oh, der ist unrichtig, das sieht man jetzt nicht. Der ist so richtig ein bisschen hier erhaben. Oh, wie schön. Cool, wie schön. Also, keine Sorge, ich gucke jetzt nicht alles mit euch durch, aber noch so einen kleinen Teil zumindest. Ja, wir Mädels, das ist eine ganz besondere Beziehung. Zusammen haben wir jede Menge Spaß, können lachen, feiern und gemeinsam das Leben genießen. Aber auch in schlechten Zeiten sind wir füreinander da, bauen uns gegenseitig auf, trösten, umarmen und haben im Notfall immer ein Taschentuch parat. Mädelsabende sind einfach die beste Therapie. Ja, genau. Freundschaft ist, wenn man nicht extra aufräumt, bevor die andere kommt. Das passt wie die Faust aufs Auge. Ach, Leute, das sind tolle Sprüche. Und die sind sogar von beiden Seiten. Freunde sind Familie, die man sich freiwillig ausgesucht hat. Oh nein, das erinnert mich komplett jetzt hier an unseren Mädelsabend hier. Katrin, Jeannie, Antje, ihr wisst noch, ne? Socken an, Pyjama an und ab geht die Party. Ach, wie her... Oh, ja, oder so möchte ich mich auch so mit gewissen YouTube-Mädels und mit meinen Freundinnen irgendwann mal sehen. Ich bin definitiv die. Ach, ist es herrlich. Ach, das bringt einen doch direkt zum Lachen. Ach, wie schön. Herrlich. Falls jemand Lust hat, ein Auto zu klauen, ans Meer zu fahren und sich das Leben zu riemen, ich bin noch wach. Ach, herrlich. Der Freund ist einer, der alles von dir weiß und der dich trotzdem liebt. Genau. Und das ist eigentlich ein wunderschönes Schlusswort. Ja. So ist es doch. Man will doch einfach letztendlich geliebt werden, egal wie man ist. Und immer hofft man, dass da einer mindestens ist, der das tut. Und deswegen, ich danke euch vielmals für all eure Sympathie und alle eure Liebe, die ihr mir entgegenbringt. Bei dir, Jeannie, bedanke ich mich wirklich, ne? Also, es ist schön. Also, gut, wie gesagt, ich habe jetzt nicht durchgezählt, ne? Ich hatte ja direkt schon wieder so einen kleinen Rüffel von Jeannie bekommen, so von wegen, wir haben 20 Teile ausgemacht. Und ich habe nur gesagt, hey, was soll ich wissen, wie viele Teile ich da drin habe? Das müsstest mich doch langsam kennen. Ich höre irgendwann beim Einpacken auf zu zählen. Das ist bei mir einfach so. Aber das wisst ihr doch eigentlich alle. Aber von daher, also, du hast mir Sachen eingepackt, die perfekt zu mir passen. Auch wenn jetzt ein paar Sachen jetzt für mich letztendlich nicht zu gebrauchen sind, weil ich die bereits schon mehrmals habe. Das ändert ja nichts daran, dass es Sachen waren, die zu mir passen. Und wie gesagt, Magic Finish, ich habe Parfum, ich habe Peelic, ich habe dieses tolle, tolle, diesen tollen Aufsteller. Und ich habe den Rosenpinsel, den ich endlich benutzen kann. Ach, ich danke dir vielmals, Jeannie. Es hat mir Spaß gemacht. Ja, und ich gucke jetzt gerade nur dahin, weil da liegt jetzt alles. Ja, und ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet auch Spaß dabei, mich dabei wieder zu begleiten, wenn ich ein Tauschpaket auspacke. Waren jetzt mal zwei relativ kurz hintereinander oder werden halt kurz hintereinander sein. Wie gesagt, das andere weiß ich jetzt gerade nicht. Aber ich hatte halt wirklich viele Anfragen gehabt, die ich jetzt alle so ein bisschen nach hinten schieben musste. Wird jetzt so langsam auch mal kommen. Nö? Ja, es macht halt einfach Spaß. Ja, wie gesagt, ich hoffe, den hattet ihr mit mir jetzt auch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!